Hi Leute, heute habe ich mal Markus bei mir. Wir haben uns das letzte Mal auf dem Potluck kennengelernt beim Rohkosttreffen in Würzburg. Jetzt ist wieder ein Rohkosttreffen in Würzburg gewesen und jetzt wollten wir halt mal schauen. Bin ich halt mal her gefahren und jetzt haben wir einfach mal zusammen spontan ein Video machen wollen über das Thema Sport. Genau, wir haben uns das Thema Sport ausgesucht und wollten einfach mal euch ein paar Tipps geben, wie man das Gute in den Alltag, denke ich, einfach integrieren kann, weil viele sind schon bereit dazu, Sport zu machen und wissen aber einfach nicht, wie sie es dann gut umsetzen können, denke ich. Genau, wie sie dort die Zeit finden können dazu. Genau. Ja, da wollten wir einfach mal ein Video machen, genau. Ja, und ja, ich denke, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe vor ein paar Monaten Yoga angefangen ein bisschen, jetzt mache ich eigentlich immer jeden Morgen ein bisschen Yoga und ich habe einfach gemerkt, wie viel das bringt. Das ist noch mal irgendwie eine ganz andere Bewegung einfach, weil man so viel dehnt und so viel stretching und alles mit drin hat einfach. Genau. Und es ist auch ein bisschen Kraft dabei und ja, genau. Was meditativ ist, stimmt, ja. Und so mache ich es. Ich denke, also ich meditiere auch immer einfach jeden Tag und dann meistens mache ich so, dass ich ein bisschen Yoga frühs mache, halbe Stunde, Stunde und dann, ja, genau. Genau, man kann ja dann einfach vor seiner Arbeit oder seiner Schule, Uni einfach ein bisschen früher aufstehen und sagen, okay, ich mache jetzt noch ein bisschen Sport vorher, sich ein Wecker vorher stellen, ne? Genau. Und dann kann man das auch ganz gut machen, ja. Auch ein bisschen früher ins Bett gehen, ne? Ja. Ja. Ich denke, es ist halt auch einfach wichtig, sich jeden Tag einfach ein bisschen zu bewegen. Es muss ja gar nicht viel sein und dann soll es halt auch einfach Spaß machen, denke ich. Richtig. Solange die Bewegung Spaß macht. Ich denke halt, Bewegung ist auch immer so ein bisschen Ausdruck und durch die, bei mir ist es so, wenn ich den Sport mache, das mir einfach Spaß macht, der mir wirklich gefällt, dann kriege ich dadurch Energie, dann habe ich danach zehnmal mehr Power andere Sachen zu machen oder auch wenn ich lerne, dann ist es einfach für mich ein perfekter Ausgleich, so. Anders kann ich nicht so viel lernen oder so viel, ja, andere Sachen machen, ja. Genau. Ich finde auch, wenn der Sport einem richtig Spaß macht, dann macht das einem auch mal nichts aus, wenn man jetzt einfach mal so schlechte Tage hat, wenn es mal nicht so gut klappt mit dem Sport, dann, sodann es Spaß macht, macht man halt trotzdem irgendwie weiter, weil man das gerne macht einfach für sich. Genau. Und ich denke, da gibt es auch für jeden Menschen eine geeignete Sportart. Also es gibt ja total viele Sportarten. Ja. Also es gibt ja, weiß nicht, für die eher ruhigen Typen, gibt es ja, keine Ahnung, oder Yoga oder sowas oder wissen was, ja, meditativ ist, ne. Und dann gibt es ja noch so Sportarten, die man so richtig, ja, die so richtig Energie brauchen, sozusagen, wo man richtig lospowern kann, sowas wie, keine Ahnung, joggen, schwimmen, rennen, was weiß ich. Genau, irgendwas zum Auspowern, ja. Genau. Also ich denke, da gibt es für jeden Typen mit dem Boxen, mit dem Kickboxen oder so, genau. Also ich denke, da gibt es für jeden Typen eine richtige Sportart, also man muss sie einfach nur finden, denke ich, ne. Und ich denke, da hat jeder irgendwo so eine Sportart, wo da sagt, okay, das wollte ich eigentlich schon immer mal ausprobieren, ne. Das hat mich schon immer mal interessiert. Ich denke, da hat jeder halt irgendwas, ja. Ja, genau. Und ich denke, es ist halt auch einfach wichtig, dass man jeden Tag den Kreislauf mal so ein bisschen in Schwung bekommt. Das ist halt einfach, dass man jeden Tag ein bisschen mal schwitzt, einfach. Genau. Und ja, es müssen ja gar keine arg anstrengenden Bewegungen sein oder kein Krafttraining, aber ja, so ein bisschen jeden Tag. Ja, genau. So eine halbe Stunde, Stunde irgendwas. Ja. Und dadurch, dass dieser Kreislauf einfach angeregt wird, da ist man ja viel fitter dann auch. Also man kann dann ja auch viel besser abschalten vom Alltag und man hat auch dann mehr Energie für seine anderen Sachen. Ja, genau. Ja, normalerweise ist der Schlaf, denke ich, auch viel besser. Ich meine, man kennt es ja abends nochmal irgendwie Sport gemacht und dann, danach bist du platt und dann fällst du befriedigt ins Bett einfach. Genau, richtig. Ja, richtig. Du bist total zufrieden. Ja, genau. Du bist mit der Welt glücklich, ja. Ja, das ist, denke ich, einfach richtig, ja. Genau. Ja, vielleicht noch, wie man das so im Alltag noch ganz gut integrieren kann, wenn man also Sport machen möchte, aber nicht so die Zeit dafür findet oder wie man nicht weiß, wie man das so integrieren kann in den Alltag, kann ich halt noch den Tipp geben, dass wenn man zum Beispiel jetzt zur Arbeit fährt, dass man nicht mit dem Auto fährt, sondern einfach mal mit dem Fahrrad oder einfach mit dem Skateboard oder Inliner oder sowas. Ja, genau. Man kann ja die Fortbewegungsmittel auch nutzen dafür, dass man Sport macht. Ja, oder einfach eben die Treppe benutzen kann. Ja, genau. Ja, einfach mal drehen für den Stock laufen. Ja, genau. Ja, genau. Oder achten Stock. Ja. Wie sieht man halt ist, genau. Genau, so mache ich es auch immer. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch kein Auto und ich benutze halt einfach mein Fahrrad einfach so als Fortbewegungsmittel und komme da überall hin, egal ob es jetzt 20, 30 Kilometer ist. Ja, das mache ich genauso. Oder zur Arbeit halt einfach. Wenn es halt so weit ist, 5 oder 10 Kilometer, kann man ja mal locker frühs mit dem Rad fahren vor der Arbeit. Ja, klar. Du musst ja dann nicht schnell fahren, dann fährst du gemütlich zur Arbeit, hast gleichzeitig ein bisschen Entspannung und Sauerstoff vorher, wirst du wach und ja, es hat so viele Vorteile. Auf jeden Fall. Und nach einer Zeit, wenn man es sich dann wirklich mal angeeignet hat, denke ich, dann ist es halt auch einfach, dann mag man es nicht mehr missen, denke ich. Es gibt aber wirklich mehr als, ja. Genau. Wenn man es dann mal gemacht hat, hat man einfach wesentlich mehr Energie und ja. Auf jeden Fall. Also mir geht es auch so, wenn ich jetzt den Sport weglassen würde, dann würde mir irgendwas fehlen. Also dann geht es einem einfach nicht mehr so gut und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es einem irgendwo befriedigt und einem so ein gutes Gefühl gibt, so ein gutes Lebensgefühl. Ja, genau. Ja, ich merke es gerade, weil ich hatte ja einen Unfall. Ja, klar, klar. Ich hatte einen kleinen Unfall jetzt und ja. Du kannst auch keinen Sport machen zur Zeit, ne? Genau und deswegen habe ich jetzt halt seit einer Woche gemacht und dann halt so ein bisschen was, was ich ohne den Fuß machen kann, so ein bisschen Dehnübungen, ein paar Kraftübungen vom Oberkörper oder so, aber ja, vermisse ich es dann schon. Ja, vermisse ich es dann schon. Ja, das ist dann schon echt. Vielleicht was ganz Gutes zu beachten ist, dass man, wenn man jetzt sagt, ich wolle diese Sportart schon immer mal ausprobieren, ich mache das jetzt mal, dass man halt erstmal langsamer anfängt, sich vielleicht auch mal einen Verein sucht oder Leute, die das können, ne? Ja, genau. Das ist, denke ich, einfach auch noch ein wirklich richtig guter Tipp, sich einfach Motivation zu holen, sich irgendwie motivieren, sich irgendwelche Videos im Internet anschauen oder einfach sich, oder sich halt ein Umfeld suchen, einen Verein suchen oder ja, irgendwie Leute, sich verbinden mit den Leuten und dann hat man viel mehr Energie gleich, das dann durchzuziehen und dran zu bleiben und ja. Man kann das ja auch zum Beispiel verbinden, wenn man sich mit Freunden trifft, dass man sagt, man geht jetzt nicht ins Kino oder man gammelt jetzt nur rum, sondern man macht halt zusammen Sport, ne? Dann hat man zwei Fliegen mit einer Klasse geschlagen, trifft seine Kumpels und macht gleichzeitig ein bisschen Sport dabei und hat dabei auch noch mehr Spaß, ne? Genau. Was ich auch noch ganz gut finde, ist, wenn man jetzt anfängt, Sport zu betreiben und dann auch mal so für sich dokumentiert, was habe ich jetzt für Fortschritte gemacht, ne? Wenn ich zum Beispiel joggen gehe, am Anfang, keine Ahnung, eine halbe Stunde und dann ist es irgendwann eine dreiviertel Stunde und dann eine Stunde und dann sieht man selber für sich, okay, wenn ich da Zeit reinstecke und genau, wenn ich da auch die Energie gebe und so dafür, dann werde ich da auch besser. Ja, wie schnell Hallo sich oft sowas ändert. Auf jeden Fall, ja. Genau. Und ich denke, das verlagert sich dann auch auf andere Lebensbereiche, ne? Wenn du dann merkst, ich bin da besser geworden, wenn ich, wenn ich was dafür tue, wenn ich da Zeit investiere und so weiter, dann schaffe ich das auch in anderen Dingen, ne? Dann kann ich vielleicht auch in der Schule besser werden, wenn ich da mehr Zeit investiere oder in der Uni oder in der Arbeit oder wo auch immer. Und das ist dann so eine Kopfsache sozusagen, ne? Ja, ja. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, ja. Man kann ja auch sagen, dass man jetzt Prioritäten setzt und dass man so Platz schafft für diesen Sport, ne? Dass man sagt, okay, ich gammle jetzt nicht mal zwei Stunden zu Hause rum und zocke irgendwas oder schaue jetzt Film oder so, sondern ich mache halt jetzt mal eine Stunde Sport und eine Stunde Film schon oder sowas, ne? Ja, genau das kann einem, denke ich, vieles auch immer erleichtern, wenn man es irgendwie täglich einfach dann täglich schön mit einbaut und sich dann eine Zeit und Raum schafft, dass man sagt, jeden Tag früh vor der Arbeit, was weiß ich, gut, ist vielleicht für manche nicht so toll vor der Arbeit. Ja, ja, klar. Dann nimmt man sich halt, sagt man immer, jeden Tag um 7 Uhr mache ich ein bisschen Sport. Genau. Und wenn man dann sich das so ritualmäßig dann auch so einen Platz für und Zeit, Raum für schafft. Also so einen Klaren für macht, genau. Dann nimmt man das auch besser ein, ja. Ja. Klar. Und wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, dann denke ich auch, dass man das auch nicht mehr missen möchte, ne? Genau. Dass man das einfach beibehalten möchte und dass es einem dadurch auch besser geht, das merkt man ja auch, ja. Ja, schon. Es ist ja, man kann das ja bei vielen Sportlern beobachten, wenn die nach dem Sport dann so in der Kabine sind und so weiter bei umziehen, die sind alle total happy und glücklich und zufrieden und so. Ja, schon. Ja, es wird einfach, alles kommt wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht, weiß ich. Ja, genau. Ja, es ist einfach so ein gutes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Ja, gutes Gefühl, ja. Also die wichtigsten Punkte, denke ich, sind einfach die fünf Punkte. Erster Punkt ist mal, dass man sich Zeit nimmt, Prioritäten setzen, sich den Raum einfach schafft. Genau. Jeden Tag, wo man sich dann die Zeit nimmt. Ja. Und dass dann da auch nichts anderes in den Weg kommt rein und dass man das dann auch wirklich durchzieht. Ja. Genau. Als zweiten Punkt dann einfach die sozialen Kontakte eben dann auch mit einbauen, dass man sich mit Brighton zusammentrifft oder dass man in den Verein geht. Genau. Ja, dass man sich ein gewisses Umfeld einfach schafft und sich mit den Leuten verbindet. Genau. Und als dritten Punkt dann einfach, dass man es gut in den Alltag integriert. dass man, ja, zum Beispiel statt einen Aufzug zu nehmen, die Treppe nehmen. Genau. Oder mit dem Fahrrad eben. Genau. Mit dem Fahrrad zur Arbeit statt mit dem Auto. Ja. Und wichtig ist halt, dass man nicht übertreibt bei der ganzen Sache, sondern ganz easy anfängt und sich auch ein paar Leute sucht, die dann ein bisschen drauf schauen und dass man halt nichts falsch macht. Ja. Das ist auch wichtig. Genau. Und letzter, wichtigster Punkt denke ich, ist immer, dass es Spaß macht. Genau. Richtig. Das ist ganz wichtig. Ja. Sucht euch wirklich die Sportart, die euch gefällt, die euch Spaß macht. Wurscht, ob das irgendwie gerade populär ist oder was weiß ich. Eben, ja. Macht das, was euch Spaß macht. Genau. Egal ob boxen oder oben schießen oder joggen oder so. Genau. Alles mögliche. Ich fahre Inliner, ja. Ja. Klar. Das ist so mein Ding und ja. Genau. Das ist so das Wichtigste. Ansonsten macht's gut, Leute. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und ja, hinterlasst einen Kommentar unter dem Video, was eure Lieblingssportart ist, wenn ihr wollt. Genau. Gibt ja total viele, ne? Genau. Ansonsten macht's gut und vielleicht machen wir mal wieder ein Video zusammen. Was ist deine Lieblingssportart jetzt? Ja, im Moment ist es Inliner und ja, Yoga mache ich im Moment jeden Tag. Absolut. Genau, ja. Also bei mir so Calisthenic, also dieses Eingriffstraining und dann noch Fahrradfahren. Ja, das habe ich einfach mal eine Zeit lang gemacht, finde ich auch echt. Genau. Finde ich cool, ja. Okay. Jo, also dann. Genau. Macht's gut. Ciao.